einfache reaktionsgleichung aufstellen das wird hier geübt allerdings noch nicht in diesem video der grund weshalb ich dieses kurze video gemacht habe ist meine unterrichtsmitschnitte sind zwar toll bewertet aber viel zu lang und deswegen habe ich solche mini videos erstellt und von hier aus kommt ihr direkt in den unterricht also zum genau richtigen abschnitt hier zu den einfachen na ja ich muss jetzt noch ein paar sekunden reden damit der link bis dahin erscheinen kann also noch ein paar sekunden geduld bitte und in diesen mini videos wird also noch nichts erklärt aber trotzdem bevor ihr auf den link klickt bitte ich um offene und ehrliche bewertung also daumen hoch oder runter oder ich weiß es noch nicht das ist ein test mal sehen wie es funktioniert also auch euch viel freude beim verstehen